So, los geht's, meine Lieben, mit Stretching. Schönes, lockeres Stretching. Okay, wir kommen in den Vierfüßlerstand und wir kreisen mit unserem Körper und machen schöne kleine Kreisbewegungen. Noch vier, drei, zwei, eins. Richtungswechsel, in die andere Richtung. Versuch auch ein bisschen vorne das Gewicht zu verlagern, auf die Handflächen. Noch vier, drei, zwei, eins. Wir machen einen schönen Katzenbuck. Wir machen ein schönes Hohlkreuz. Ein schöner Katzenbuck. Ein schönes Hohlkreuz. Geh noch. Noch vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir öffnen mit der rechten Hand rauf zur Decke. Drehe dich auf. Wir öffnen. Schön aufmachen. Vier, drei, zwei, eins. Unten einfiebeln. Ich drehe dich nur um. Ja. Und du legst dich schön auf die Schulter drauf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Wir bleiben in der Position und die obere Hand geht hinten auf den Rücken und du hebst mit der oberen Schulter so hoch du kannst und Ellbogen so hoch du kannst. Jetzt drehe dich auf, drehe dich auf, drehe dich auf, drehe dich auf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Wieder vier Füße nach Stand. Ja. Und diesmal schaukeln wir nach vor und zurück. Nach vor und zurück. Belaste ein bisschen die Handflächen, Tino. Das ist für dich extra. Ja. Schön die Handflächen belasten. Schön dehnen. Und dann nach hinten setzen. Das ist für die Mama. Damit das Knie besser wird. Genau. Und für die Petra. Ja. Für die Petra. Für die Petra. Vier Knie. Noch vier. Noch drei. Und natürlich für alle anderen, die auch was brauchen. Zwei. Eins. Wieder schöner Katzenbuckel. Schönes Hohlkreuz. Schöner Katzenbuckel. Schönes Hohlkreuz. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt bitte deine linke Hand raufzudecken. Schön aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Unten wieder einfädeln. Ich drehe mich nur um. Und du legst dich jetzt auf die andere Schulter drauf. Gehen. Schön entspannen. Genieße die Dehnung. Und wieder die obere Hand rauflegen, hinten auf den Rücken und Ellbogen und Schulter hoch. Elbogen und Schulter hoch. Genau. Vier. Drei. Zwei. Acht. Sehr schön. Super. Noch einmal den Vierfüßner Stand. Aber diesmal drehen wir die Handflächen über, außen, ja, Richtung Knie. Richtung Knie. Ja, genau. Jetzt zeigen wir unsere Fingerspitzen Richtung Knie. Und wir machen wieder diese Kreisbewegung. Kreisbewegung. Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Richtungswechsel. Richtungswechsel. Genau. Schön dehnen, 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 dehnen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir bleiben in der Position und versuchen hier einen schönen Katzenbuckel zu machen. Und ein schönes Hohlkreuz. Ja, das dehnt nicht nur im Rücken, sondern auch im Unterarm. Ich weiß, es ist ein bisschen unbequem. Aber genau diese unbequemen Übungen bringen uns weiter. Die, die wir eh können, die bringen uns leider nicht weiter. Komm, weiter, 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 weiter. Schöner Stretch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. In der Position bleiben. Aufdrehen. 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 Die untere Hand, die Zehenspitzen, wir schauen noch immer. Ja, genau. Trotzdem Rücken-Stretch. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Und jetzt unten durch einfädeln. Jetzt darfst du, ja, hier ein bisschen entspannen. Ja. Und drauflegen auf die Schulter. Genau. Jetzt, meine Lieben, die obere Hand strecken raufzudecken. Streckt die obere Hand raufzudecken. Aber auch das selbe Bein, raufzudecken. Ja. Schau wie gut das geht. Super, bitte. Super. Ja. Jetzt greifen wir mit der oberen Hand, das oberen Bein, Fersen zu. Boopo. Greif das Fussgelenk. Greif das Fussgelenk. Schöner Stretch, hoch das Knie, Dengi hoch das Knie, hoch das Knie, hoch das Knie, hoch das Knie. Vier. Huch. Drei. Zwei. Eins. Super. Sehr schön. Ja. Super brav. Sehr gut. Ja. Wieder die Handfläche über außen. Nach innen drehen. Zum Knie. Ja. Wir schaukeln vor und zurück. Diesmal. Vor und zurück. Vor und zurück. Schön dehnen, 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 dehnen. Sehr brav. Noch vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Und wieder mit einem schönen Katzenpuffel. Schönes Hohlkreuz. Katzenpuffel. Hohlkreuz. Versuch trotzdem im Rücken zu dehnen, obwohl die Unterarme hier natürlich mitgedehnt werden. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Linke Hand hoch. Rauf zur Necke. Rauf zur Necke. Die Hand bleibt hier mit den Fingern Richtung Knie. Ja. Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Und durch. Jetzt kannst du die Hand hier entspannen. Und rauflegen auf die linke Schulter. Die oberen Hand raufzudecken. Das oberen Bein raufzudecken. Und dann greifst du am Fussgelenk. Ziehst das Knie schön hoch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt. Super. Sehr schön. Und der Knie durchs Hip. Lockert uns ein bisschen aus dem Handgelenk. Ja, das war jetzt ein bisschen für die Handgelenke. Genau, war auch sehr wichtig. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Sehr brav. Sehr schön. So. Knie auslockern, bitte. Knie auslockern. Knie auslockern. Knie auslockern. Knie auslockern. Knie auslockern. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Du kommst zeitlich runter auf die eine Seite, ganz egal welche Seite. Du stückst dich mit dem Ellbogen ab. Und du nimmst dein oberes Bein mit der oberen Beanzahl. In Bedeich, Bedeich, Bedeich. Fersen greifen. Wir strecken einmal das Bein durch. Wir strecken nur das Bein durch. Mach, jagen, so weit du kannst, schön strecken, 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 strecken. Vier, drei, zwei, eins. Jetzt beugst du bitte das obere Bein und ziehst es nach hinten, so weit du kannst. Du ziehst es nach hinten, so weit du kannst. Du legst deine Zehenspitze und deine Ferse so nahe wie möglich zum Popo. Du schaust, dass du das Knie runterdrückst und dann versuchst du dich ein bisschen zu öffnen. Und wieder zurück. Ein bisschen öffnen. Und wieder zurück. Ein bisschen öffnen. Und wieder zurück. Ja genau, Ferse ist ganz beim Popo bitte. Ferse ist ganz beim Popo. Die Zehenspitzen sind unten am Boden. Und wir öffnen. Und wieder zurück. Wir öffnen. Und wieder zurück. Noch vier. Bitte mit den Ellbogen abgestützt, bitte. Mit den Ellbogen abgestützt. Ja genau. Das zweite Bein brauchst du hier oben gar nicht. Ja, brauchst du gar nicht. Genau, wenn wir liegen drauf auf diesem Bein. Ja, wenn du dich in die andere Richtung bist, dass du es besser siehst. Ja. Du liegst hier drauf. Du liegst hier richtig drauf. Du treffnest. Und so. Genau. Ja. Und jetzt bleibst du so wie du bist und leg dich komplett hin. Leg dich komplett hin. Genau. Und jetzt öffne noch deine Schultern. Leg dich komplett hin. Ja. Bei mir ist die Matte jetzt ein bisschen noch nass. Da rutscht man das Bein weg. Deswegen halte ich es fest. Aber wenn es geht, natürlich ohne Hilfe der Hände. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Über die Seite hochkommen. Wir drehen uns auf die andere Seite. Ellbogen stützt. Das untere Bein ist gebeugt. Wir greifen wieder die Ferse. Und wir strecken das Bein durch. Auch hier versuchen wir mal das obere Bein durchzustecken. Einen. Super. Ja. Genau. Schön. Öffnen. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Ja. Jetzt bitte das Bein am Fußgelenk greifen. Nach hinten ziehen. Und auch hier versuchst du, dass die Ferse, so nahe wie möglich beim Popschiss, dass die Zehenspitzen gestreckt sind. Und auch hier wieder schön öffnen. Und wieder zurück. Öffnen. Und wieder zurück. Öffnen. 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 Und wieder zurück. Ja, genau. Mal wieder schauen. Elisa berührt sogar mit der oberen Hand den Boden. Ja, super brav. Ja. Gut. Und jetzt, Leute, versuchen wir uns sogar hinzulegen. Genau. Leg dich hin. Bleib mit dem Bein hier. Vier. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. 4, 3, 2, 1, sehr schön, super, Leute, leg dich auf den Rücken, Fersen am Boden und wir schaukeln ein bisschen nach rechts und links, wir schaukeln ein bisschen rechts und links, genau, das Kreuz ein bisschen auslockern, 1, 4, 3, 2, 1, sehr schön, so, jetzt bitte die Beine hoch und die Beine ganz leicht kreuzen, die Beine ganz leicht ineinander kreuzen, wir greifen mit den Händen zwischen den Beinen, unsere Fersen bitte greifen, und jetzt versuche die Fersen so nahe wie möglich zum Kopf anzuziehen, so nahe wie möglich, die Profis unter euch schlüpfen mit dem Kopf zwischen den Beinen durch, das heißt, die Beine sind im Nacken, richtig, genau, genau, noch 4, noch 3, noch 2, 1, super, merkt ihr bitte, welches Bein oben war, merkt ihr, welches Bein oben war, Füße ablegen und noch einmal das Kreuz auslockern, bei mir war jetzt das linke Bein oben, bei mir war jetzt das linke Bein oben, in der nächsten Runde kommt bei mir das rechte Bein, noch 4, 3, 2, 1, so, ich gebe jetzt das rechte Bein nach oben, wir greifen zwischen den Beinen, wieder die Fersen greifen und versuchen genauso oder sogar noch mehr, hoch die Beine, hoch die Beine, zur Stirn, zur Stirn, zur Stirn, zur Stirn, zur Stirn, wer kann wirklich mit der Stirn ganz, ganz die Stirn berühren, genau, und dann kannst du da durchschlüpfen, ja, mit dem Kopf durchschlüpfen, genau, noch 4, noch 3, 2, 1, super, sehr schön, Fersen runter und wieder rechts, rücks, kreuz entspannen, locker, 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 4, 3, 2, 1, super, jetzt greifen wir bitte beide Fersen gleichzeitig, wir öffnen unsere Beine, wir pumpen ein bisschen, schön auseinander, pumpen, 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 ja, so gestreckt wird wirklich, so gestreckt wird wirklich, noch 4, 3, 2, 1, jetzt bleib gestreckt, und jetzt schaukele ein bisschen in die eine Seite, und ein bisschen in die andere Seite, das ist mir leider die Wand im Weg, also ich kann nur in die eine Seite runterkommen, und in die andere Seite, 4, 3, 2, 1, und wer kann jetzt beide Zehenspitzen runter zum Boden, schafft das, jetzt sehen wir ja von euch, beide Zehenspitzen runter zum Boden, und, ja, fast geschafft, fast geschafft, genau, super, und wieder, Knie rechts, links, und auslaufen, ja, es sind ziemlich viele Kühler, zwar für die Beine, aber anders jetzt auch für das Kreuz, und das Kreuz hier natürlich immer wieder, 4, 3, 2, 1, sehr schön, wir greifen das rechte Bein noch einmal innen, und das rechte Bein, ja, und das andere Bein versuchen, komplett durchzustrecken, und dieses Bein versuchen, so tief wie möglich, als seitlich, so quasi in den Spagate, ja, in den Spagate, genau, und das Gefühl hast, das ist zu leicht, ja, dann versuche natürlich, das Bein, das du quasi neben deinen Kopf runtergibst, und das ist die Zehenspitzen, also, so näher das Bein bei dir ist, umso schwieriger wird diese, noch 4, noch 3, 2, 1, super, und wir wechseln die Seite, ich drehe mich nur um, auch hier die Ferstgreifen, das andere Bein so gestreckt wie möglich, und hier seitlich runter mit den Zehenspitzen, seitlich runter mit den Zehenspitzen, ja, genau, öffnen, 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 wer kann, Spagate, genau, noch 4, noch 3, 2, 1, super, und noch einmal das Kreuz, auslockern, ja, das Kreuz, auslockern, noch 4, noch 3, 2, 1, super, Beinchen hoch, aufsetzen, Schneidersitz, Schneidersitz, wir machen schöne Kreisbewegungen, genau, schön locker die Beine, locker die Beine, locker die Beine, Kreuz auslockern, 4, 3, 2, 1, Richtungswechsel, 4, 3, 2, 1, sehr schön, bei mir ist jetzt das rechte Bein vorne, ja, das merken wir uns, ja, bei mir ist jetzt das rechte Bein vorne, ohne Hände, komme ich nach vor, ja, und ich setze mich wieder hin, los geht's, los geht's, los geht's, probier, probier, ja, probier, probier, ja, easy, cheesy, genau, easy, cheesy, genau, Petra sagt es eh leicht, der eine Kino meint schon, so, wir wechseln, jetzt ist das andere Bein vorne, jetzt ist das andere Bein vorne, ja, genau, ist sehr drüber, komm nach vor, komm zurück, komm nach vor, Tino, probier, Tino, komm, komm, Tino, komm, 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 Alter, du kannst das, du bist noch ein junger Bub, ja, genau, deswegen machen wir es ja, damit das besser wird, also, wenn ich das mit meinen chinnigen Knie machen kann, dann kannst du es, du auch, der ist so jung, und jammert herum, ja, na, schau, geht ja, geht ja, komm, komm, geht ja, und jetzt ohne Hände, ohne Hände, Tino, machen wir noch zwei, drei, komm, machen wir noch zwei, drei, so, letzter, ja, jetzt die Beinchen hinten und da drauf setzen, auslockern, 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 so weit, ja, ich nehme dich nur zu euch, dass ihr es besser seht, ja, Becken kommt hoch, ja, du kommst nach vorne, wir schieben nach vorne, wir schieben nach vorne, ganz egal welches Bein, ich habe jetzt das rechte Bein vorne, ganz egal welches Bein, genau, schieben, 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 ja, von der Seite gesehen, Leute, hier, dieser Hüftbeuge, der wird so schön gedehnt, ja, genau, aber aktiv, genau, vier, drei, zwei, eins, und jetzt setzen wir uns hinten drauf und strecken das vordere Bein und kommen wieder nach vorne, hinten drauf setzen, strecken das vordere Bein und wieder nach vorne, strecken das vordere Bein und wieder nach vorne, wer kann natürlich alles ohne Hände, das sich, vier, drei, zwei, eins, sehr schön, und meine Lieben, wir kommen in den Spagat, das war ja ausgemacht, dass wir jetzt irgendwann mal den Spagat können, schon langsam, genau, schöner Spagat, 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 vier, drei, zwei, eins, sehr schön, super, lauf, setzen auf die Knie, ein bisschen entspannen, 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 okay, vier, drei, zwei, eins, super, das andere Bein nach vorne, ja, wir gehen wieder zu euch, wir schieben nach vorne und wieder zurück, wir schieben nach vorne und wieder zurück, schön den Hüftbeugemuskel öffnen, zwei, genau, immer so leicht wir können es nach vorne, wenn möglich nicht festhalten, dass wir wirklich aktiv gehen, aktiv, vier, drei, zwei, eins, und jetzt setzen wir uns nach hinten, wir strecken das vordere Bein und wir kommen nach vorne, wir strecken das vordere Bein und wir kommen nach vorne, aktiv, 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 aktiv bleiben, vier, drei, zwei, eins, und auch hier, meine Lieben, und versuchen in der Spagat zu kommen, in der Spagat zu kommen, in der Spagat zu kommen, auch für die Spagat zu bekommen, in der Spagat zu finden, dat Porque die Spagat zu haben ja schon so gut ist, ja, Tier tease, Ecos will noch nicht ganz bes Pharmacy, oder still das, das terminar die Spagat zu kommen? 4, 3, 2, 1, sehr schön, super, wieder hinknie, auslöken, 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 super brav, 4, 3, 2, 1, sehr schön, stütz dich ab mit der Zehenspitze, kommen in die Hocke, und wir öffnen schön, schauen, dass die Fersen am Boden sind, das ist eh schon unsere Abschlussübung, Fersen am Boden, Fersen am Boden, Fersen am Boden, 4, 3, 2, 1, Hände am Boden, wir kommen hoch, einmal noch die Beine durchstrecken, greif deine Fersen, Kopf tief, aufrollen, Schultern kreisen, Kopf gerade, wir atmen ein, aus, Beine schließen, streck dich durch, und aus, heute war es super, sehr brav.